It's Britney, bitch. Hi, ich bin's mal wieder und ich hab was ganz tolles Neues für euch. Erstmal natürlich müsst ihr sehen, wie schön ich geworden bin. Och, ich sag euch, ich bin der Star auf jeder Party. Mh. So, nun aber was Ernsthaftes. Und zwar will ich abnehmen. Ich bin nämlich viel zu fett, besonders hier am kleinen Finger. Und da dachte ich mir, ganz klassisch lass ich mir das Fett absaugen. Weil das bringt ja noch immer am meisten. Aber jetzt meine neuesten Idee ist ja, ich mein, der Mensch soll angeblich zwölf Meter Darm haben und verbraucht so viel. Das ist alles unnötige Scheiße, die man mit sich rumträgt. Jetzt suche ich nur noch schnell einen Doktorchen, der mir das alles wegschneidet. Mein Darm muss so gespannt sein wie eine Violinenseite. Damit es auch passend zu meiner Stimme ist, die auch wie ein richtiges Musikinstrument klingt. Jedenfalls, wenn ich erstmal schön schlank bin, melde ich mich wieder bei euch. Und so lange könnt ihr euch ja weiterhin meine tollen Videos anschauen. Bye, bye.